Musik Hallo, ich bin Christine, ich komme aus Deutschland. Hola, soy de México. Merhaba, bin Ali, Süke Dangelio. Привет, ich bin Maria und ich bin Ukraine. Hallo, ich bin Ali, ich komme aus Syrki. Ich studiere international relations und in der Specialisation of Politik und Kultur in Krakow, in Jagiellonien University. Ich kam zu Krakow als ein Erasmus-Student und ich bin hier sehr lieb, weil ich Freunde von all over der Welt bin. Ich habe mich entschieden, IAS, weil ich denke, es ist eine gute Möglichkeit zu entwickeln, meine Akademie und Intellectual-Skills zu entwickeln. Also, ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, zu kennen mehr Menschen, lernen von anderen und haben eine gute Zeit. Ich liebe es hier, in der Jagiellonien University, weil es viele Möglichkeiten gibt und wir haben eine sehr internationale Gruppe von Studenten. Und es ist einfach viel Spaß zu wissen, dass sie so viel über andere Länder kennenlernen. Hallo, Leute. Also, meine beste Erfahrung in dieser Universität war Movie Night über die Ukraine und die Revolution, und es war sehr, sehr wichtig für mich, dass ich viele Menschen aus verschiedenen Ländern gesehen gesehen habe. Und danke, Leute. Ich liebe euch. Ich bin der AIS, um meine Ideen und Perspektiven mit meinen Kollegen zu verabschieden, um ihre Ideen und Perspektiven zu verabschiedern, um die Welt zu verabschieden. Und das war alles möglich, durch die Eventen, wie die Oxford-Debate. Deskribe meine Erfahrung in der Union und insbesondere auf der Faculty von International Relations und der Studie, kann ich sagen, dass die ganze Atmosphäre ist perfekt hier. Due to the fact that those people who surround me are one of the most incredible persons I have ever met in my life. And the whole process of connecting with them, conversations, discussions is a great pleasure for me and of course for my future experience. Since studying here, I've been able to broaden my knowledge of the world while studying in a truly international environment. And I've also been able to participate in a wide range of extracurricular activities, including discussions, debates, film screenings, on a variety of topical and contemporary issues. I believe that personal development is the key to a mutual progressive future. And in order to change the world, one has to have an international experience. That is exactly what IAS is doing for last year. We help you to create and give better future. We emphasize the attention on such important issues as cybersecurity. That is why our first cybersecurity conference at Jagiellon University was a great success. IAS organizes a lot of academic and social events. For example, we are the only organization at the Jagiellon University that organizes Model United Nations conferences. We have a lot of debates and discussions. We have scholars and business people coming in and having lectures and seminars. They are also telling our students about possibilities of internships in Poland. And what is also important is that we are the only English speaking organization that operates at a BA level at the Jagiellon University. Hi, my name is Karina. I study international relations and area studies at Jagiellonian University in Krakow. Being a part of IRIS similarly makes me a part of a diverse community. That enables me to build connections with people from almost every part of the world. Recently, I have joined the student association that makes my life even more interesting and productive. Studying at Jagiellonian University and being a part of this association helps me to enhance my leadership skills and public speaking abilities. So, I encourage everyone to join us. Of course, we will make it những videos, but at times thoseaden Cantonese kosongostos-تم ain't an alumnus wowKO, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.